Das südafrikanische Weinbaugebiet Constantia liegt in der Nähe von Kapstadt und ist mit seinen rund 18 bis 20 Grad Durchschnittstemperatur eher ein sogenanntes Cool Climate. Bei der Cabaneo Merloque W. Maiford von Bulten-Verwachting fühlt man sich dann auch gleich nach Europa versetzt. Hochelegant, klar im Ausdruck, mit Fülle, Frucht und feinsten Holzaromen, weiß er einen von sich zu überzeugen.